Wunderwelt Wissen Ok, ein Brief. Lesen wir erst den Brief? Ja, weil da steht meist drin was drin ist. Der Lifestyle. Das ist eine wunderschöne Schrift. Die Leute sagen, ich soll mein Kamerastativ zulegen, damit haben sie konstruktive Kritik eingebracht, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich selber auf die Idee kommen würde. Aber Leute, wie gesagt, das Geld, das kommt erst in Tagen. Deswegen kann ich das auch erst in Tagen... Oh Junge, ok. Ich krieg das mit Brennerwand hin. Auch wenn hier ein Cuttermesser, wie auch schon mal erwähnt wurde, besser wäre. Ok, jetzt habe ich es mit dem Mund aufgemacht. Das ist auch ein Werkzeug, das man benutzen kann. So. Alles klar. Jetzt wird es unscharf. Warum jetzt wird es wieder scharf? Das ist so, mein Puls, der steigt wirklich auf 180. Blitzschnell. Wenn das Bild unscharf wird. Alles klar. I love Rentner. Es gibt viele Leute, die Rentner lieben. Aber nur wenige, die sie aus den richtigen Gründen lieben. Die Gründe versuche ich euch ja immer mit meinen Outdoor-Videos beizupunken. Da werde ich auch mal wieder welche machen müssen. Alles klar, viel Text. Lieber...